Hallo und willkommen zurück zum Faxgerät Simulator 2023. Wir spielen weiter Seven Days to Die in der Beta Vanilla Mod und haben uns dieses schicke Faxgerät hier in der letzten Folge gebaut, über das wir jetzt auch Quests bekommen und der erste Faxumschlag ist genau jetzt fertig. Sehr gut, jetzt schauen wir mal. Jetzt kriegt man hier so ein Item. Das kann man dann öffnen und dann bekommt man hier was. Du hast dieses Fax vom Händler erhalten. Sieht nach einer Aufgabe aus, die du erledigen solltest. Lesen. Kannst du für mich 30.000 Holz sammeln? Wenn du diese Aufgabe übernimmst und erfolgreich abschließt, bekommst du auch eine Belohnung. Dein Händler des Vertrauens. 30.000 Holz. Schwer. Also schwierig. Okay. Aber 30.000 Holz ist machbar. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wenn man die Quest macht, wo man die dann abgibt. Ob man die am Fax abgibt oder wie das dann funktioniert oder ob man dann irgendwie einfach nur zum Händler muss und die dann da abgeben kann. Ich weiß es nicht genau. So, pass auf. Wir haben hier 19 Wasser. Die Stoffen noch hier in die Kiste. Dann nehmen wir uns hier noch was zum Mampfen mit. Ich würde sagen, die Spaghetti und hier die Dose. Die Dings habe ich auch schon rausgenommen. So, machen uns die Eisenpfeile. Die 195 Stück. Dann sind die auch weg. Dann haben wir Kaffee. Wir haben Essen. Wir haben jede Menge zu trinken. Ich glaube, wir können eine Sorte Tee, lasse ich mal hier. So, dann ist das hier ein bisschen besser. Ein bisschen weniger. Haben wir noch einen Skillpunkt? Ne, wir haben keinen Skillpunkt mehr. Ich würde gerne jetzt die Fahrradtour machen. Wir müssen sowieso da hinten rüber wegen der Quest, aber ich würde gerne mal da hinten hinfahren. So, und hier den Turm, den wir hier so schön gebaut haben, den reißen wir nochmal weg. Weil das nervt mich. Ständig sind hier Zombies. Wir könnten auch jetzt mal schnell die Scheißtreppe wegmachen. Auch wenn die 2000 HP hat, hier die Scheißstufen. Ich guck mal, dass ich die irgendwie plumpsen lasse. Weil das nervt mich, das blöde Ding hier, dass denn ständig Zombies hochgelatscht kommen und die dann da bei mir unterm Dach wohnen. Da habe ich keine Lust mehr drauf. So. Ja, fackelt doch ab. Blöde Schrapnelle, du ey. Man, ich bin nicht ausdauer für. Wir müssen das Ding hier irgendwie wegkriegen. Ja, die 6er Spitzhacke, die ist halt noch ein bisschen heftig, ne. Also mit einem Kaffee geht's, aber... Mit der 4er kommt man besser hin. Oh, die Treppe, die muss unbedingt weg hier, ey. Dass die nicht mehr die ganze Zeit da hoch stiefeln. Gibt auch ein bisschen Eisen, wenn auch nicht viel. So, komm, wir trinken Kaffee. Der hat auch noch 5000, der Scheiß Beton hier. Puh. Machen immer so um die 120, 110 Punkte Schaden an so einem Ding. Dann muss man über 50 mal hier draufschlagen auf das Ding. Mh, 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 mh. Engines, Kinder, was ne Arbeit, ey. Was ne Arbeit. Ja, theoretisch müsste das doch runterfallen, wenn man da die zwei Blöcke dann noch wegschlägt, oder? Dann müsste das Thema hier eigentlich gegessen sein. Ich hoffe einfach mal, dass es dann runterfällt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wer will, kann ja irgendwie zwei Minuten vorspulen oder so. Aber es gehört halt nun mal dazu, ne. Irgendwann müssen wir das hier machen. Auch wenn wir nicht ewig hier wohnen bleiben werden. Ich würde gerne in die Wälder ziehen. Jawohl, ja. Deswegen auch die Fahrradtour, ne. Mh, 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 mh. Aber so langsam doch das doch. Ich mein, wir haben jetzt schon sechs Eisen-Items an Tag 10. Das ist schon richtig nice. Also da kann man sich echt nicht beschweren, ne. Ich mein, gutes Spiel steht jetzt auch nicht auf super schwer oder sogar. Und dadurch, dass der Zombie-Spawn so extrem hoch ist, kriegst du halt auch unheimlich viel Kram, ne. Du kriegst unheimlich viel EP. Die Zombies droppen zwischendurch noch gute Sachen. Da sind auch noch mal Magazine drin und so ein Krempel, die du lesen kannst. Und wir haben auch recht viel gequestet jetzt, ne. Die letzten, äh, zehn Tage. Haben wir jeden Tag irgendwie zwei Quests gemacht. Oder eine Quest gemacht. Ich weiß es nicht genau. Aber, ja, doch, ich würde mal sagen, so. Zehn Quests haben wir bestimmt schon gemacht. Ähm. Von daher sind wir natürlich auch recht gut vorangekommen, ne. So, theoretisch müsste der Teil jetzt gleich abbrechen hier. Es sei denn, da ist noch irgendwas drunter, was ich nicht gesehen habe gerade. Äh, theoretisch. Aber nur theoretisch. Tappt die da rein, ey. Hängt das jetzt hier an? Ist das ein halber Block? Hängt das jetzt da dran, oder was? Hallo? Kann das sein, dass das jetzt da dran hängt? Der ist wie so ein Dreiviertelblock oder so irgendwie, ne. Ich weiß es gar nicht genau. Aber er hat nur 1200. So. Sorry. Ne, ne. Boah. Das hier noch wegmachen. Dann mach mal den Kollegen da noch weg. Parad liegt da vorne. Hallo, nicht wegrennen. Hallo, hallo. Über die Barriere. Geprügelt, ey. So. Na dann. Na dann. Ich hau mir noch jede Dose Ravioli rein. Weil die sind ja lecker. Ich hau mir einen Kaffee rein. Auf geht's. Auf geht's. Kleine Fahrradtour. Zwischendurch mal ein bisschen aufhören zu strampeln. Dass wir noch mal ein bisschen Ausdauer recken. Der Hirsch. Moin, Moin. So, jetzt pass auf. Wir biegen mal hier rechts ab. Und gucken wir, dass wir da hinten rüberkommen. Äh, ne, warte mal. Wo sind denn die blöden Berge jetzt hin? Man sieht sie gar nicht mehr. Ach, guck mal hier. Campinggear. Mich ist blöd. Da hinten. Nordwesten. Nordwesten. Kann das sein? Ja, da fahren wir mal nach Nordwesten. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was das da gibt. Ich würde halt, wie gesagt, gerne was bauen. Das ist was größer. Und das muss in die Berge. Um es mal einfach auszudrücken. Um es mal ganz simpel zu sagen. Das muss nur mal leider in die Berge. Weil das muss nicht hier auf so einen Hügel. Da hinten sind die Berge. Da hinten. Im Nordwesten sind wahrscheinlich auch welche. Lass mal da rüber. Da Südwesten. Das macht irgendwie mehr Sinn. Südwesten. Wie Nordwesten. Wir fahren mal genau nach Südwesten da runter. Ja, genau. Da hinten ist auch ein Berg. Siehst du mal. Da ist aber was schönes Hohes da hinten. Waren wir hier nicht letztens? Doch wir waren schon mal hier in die Richtung gefahren, ne? Haben hier so ein bisschen hier die Baumstimpfe und so was abgekloppt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, es kann gut sein hier, wenn man hier der Straße folgt. Da kommen wir bestimmt in irgendeine Stadt, ne? Würde ich jetzt mal so vermuten. Würde ich jetzt mal einfach so mutmaßen. Frag mich gerade, was näher ist. Fangen wir mal ein bisschen mehr aus Südlich. Hier wird so langsam hügelig und bergig. Guck mal da hinten. Das ist auch relativ hoch, das Ding, ne? Die Frage ist, ist das hier, der ist näher. Ja, das ist näher, das hier. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall näher. So. Okay. Ja, guck mal hier. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Da hätte man auch da vorne eine Straße. Die geht da vorne ja irgendwo, da oben müsste die entlang gehen. Da vorne sieht man auch so ein bisschen Weg. Wir fahren mal da hoch. Beziehungsweise wir fahren mal bis hier vorne hin und dann gehen wir wahrscheinlich den Rest zu Fuß. Wenn wir mit dem Fahrrad da hochfahren, könnte etwas schwierig werden. Guck mal, wie weit wir kommen. Aber ich vermute mal, dass hier jetzt Ende sein wird, ne? Da kommen wir nicht mehr weiter mit dem Fahrrad. Obwohl, ja, ich bin ja durchtrainiert. Ich habe ja Oberschenkelmuskeln wie so ein Grizzlybär. Äh, 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 äh. Okay, jetzt ist Ende. So. Gehen wir mal zu Fuß weiter. Hm, schöne Aussicht hier. Schöne Aussicht. Da hinten wohnen wir irgendwo. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Warte, ich helfe hier hoch. So. Cool hier. Gefällt mir. Sind zwar auch Zombies. Überall Zombies, ne? Das gibt's gar nicht, ey. Ach, guck mal da vorne. Da ist sogar ein Weg. Das ist ja noch besser. Das ist ja noch besser da vorne. Wasser gibt's hier keins, ne? Aber wie die hier aus dem Boden ploppen, die Zombies. Das gibt's gar nicht, ne? Alles voll mit den Typen. Aber dass da vorne ein Weg ist, das finde ich natürlich ultra gut, weil das ist nämlich das Einzige, was mir so ein bisschen Sorge gemacht hat die ganze Zeit. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wenn ich hier so im Berg was bauen will, wie kommst du da am besten hoch? Immer. Und runter. Und dann ist mir das auch schon eingefallen, dass es ja so Wege gibt. Und mit viel Glück würde man halt so einen Berg haben, wo es einen Weg gibt. Und da vorne ist er tatsächlich ein Weg. Das ist ja cool. Lass mal da hintappen. Ihr werdet euch jetzt denken, was hat der Jones denn vor? Was will er denn hier oben in der Mars-Landschaft hier? Ja, das siehst du dann. Das siehst du dann, wenn es fertig ist. Da vorne ist halt ein Gebäude, aber das ist ja nicht schlimm. Ich gehe mal weiter. Ich ignoriere die Zombies mal. Hier ist sowieso alles voll mit denen. Das ist ja perfekt, das hier. Das ist ja mal so was von perfekt. Hier mit dem Weg. Oh, Entschuldigung. Na gut. So, warte mal auf. Wenn wir hier hoch gehen. Der Hirsch tut sich auch ganz schön schwer da vorne. Gehen wir noch hier hoch. Ich gucke mich mal gerade noch mal ein bisschen weiter um. Nicht genug Ausdauer. Na gut. Hier gibt es sogar Eisen. Das ist hier mal so richtig schön gebirgig. So. Da vorne geht der Weg da hinten sogar noch weiter. Hm. Hm. Also hier wäre eigentlich schon ziemlich cool. Da vorne vielleicht. Was soll ich? Ich gehe mal hier runter. Ja, keine Sorge. Ich weiß, ich bin gemein, weil ich nicht sage, was ich eigentlich will. Ich sage es euch gleich. Aber erst, äh, erst will ich einen Bauplatz haben. Erst will ich einen Bauplatz haben. So. Guten Morgen. Oh. Äh. Kann ja auch mal vorkommen, ne? So. Hier so eine kleine Blockhütte. Das ist gar nicht so schlecht. Da könnte man die nämlich am Anfang mal stehen lassen. Guck mal, hier ist eine Riesenstadt, ey. Ja, Geilo. So. Und da unten ist ein Weg. Ich vermute jetzt einfach mal, der Weg geht irgendwie hier so hinterm Hügel hoch und dann hier hoch. Das ist doch richtig toll. So. Und jetzt zu meinem Plan. Ich würde nämlich gerne hier oben eine Burg hinbauen. Ja. Der Gedanke kam mir nämlich, als ich im Urlaub war mit Jule. Und, äh, wir haben ja da so ein paar Bogen und Schlösser, äh, in Bayern da unten besucht. Dann habe ich mir gedacht, ey, eigentlich müsstest du so ein Ding mal in Seven Days bauen. Irgendwann mal. Und dann dachte ich mir hier letztens so, wenn du jetzt neu anfängst, könntest du das ja eigentlich machen. Aber dafür brauchst du halt eben richtig steile Klippen. So was hier, ne? Damit das nach was aussieht. Aber du brauchst auch hier so eine, so eine etwas plane Fläche halt, ne? Die brauchen wir ja auch. Und dann könnte man das nämlich schön hier so hinsetzen und hier so rausbauen oder so irgendwie. Keine Ahnung. So richtig einen Plan habe ich noch nicht. Weil, ich glaube, das ist auch im Endeffekt egal. Weil, äh, die, äh, die Bauweise im Mittelalter, wenn die hier oben auf so einen Felsen ihre Burg gebaut haben, dann haben die ja nicht den ganzen Felsen umgebaut, sondern die haben die Burg an den Felsen angepasst. Oder ihr Schloss. Oder was auch immer, ne? Das war halt dann immer ein bisschen schief und schepp. Und, äh, das war auch nicht alles ebenerdig und so. Und, äh, das muss auch gar nicht so sein. Das kann ruhig irgendwie, äh, ja, äh, ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen? So ein bisschen halt eben angepasst sein, ne? Aber das hier, das ist ja mal, das ist ja mal richtig cool. Vor allen Dingen, weil wir dann einen guten Weg haben, um hier hochzukommen. Weil wir müssen ja zwischendurch, wenn wir mal nicht bauen, da müssen wir mal Zombies töten, so wie hier den Maggie. So, ähm, wir müssen ja auch irgendwie hier mit dem Moped, äh, später hochkommen. Ich weiß nicht, ob ich mir alleine, wenn ich alleine spiele, ob ich mir dann ein Auto baue. Äh, mal schauen, ob ich mir den 4x4 Jeep baue, äh, weil mit dem Motorrad ist man eigentlich relativ gut unterwegs. Guck mal hier, hier gibt's sogar, hier gibt's Nitrat, hier ist zweimal Eisen. Und hier ist halt die Blockhütte, das ist halt richtig geil, dass hier die Blockhütte ist. Was ist das hier für ein Poi? Stufe 1. Das ist ja mal, das ist ja richtig cool, dass hier noch so ein Schuppen ist und sowas, ne? Und so eine Blockhütte als Wohnhaus, ne? Na, weg mit dir. Tschüss. So. Achso, warte mal, der Weg hört hier auf, oder was? Ja gut, das ist aber nicht so schlimm, weil auf jeden Fall ist hier ein Weg, der hier hinführt. Der muss ja, der Weg geht ja definitiv irgendwo anders hin und dann zu einer Straße. So, also das hier können wir uns auf jeden Fall schon mal merken hier. Wegpunkt, äh, speichern. Dann machen wir mal hier so ein Base 1, Fragezeichen. So. Und dann können wir mal, können wir mal noch da rüber gehen. Vielleicht ist es da hinten noch ein bisschen besser. Fahrrad haben wir in der Tasche, ne? Ja, Fahrrad haben wir in der Tasche. Gut. Gehen wir mal da hinten rüber. Ich halte mich mal oben auf dem Berg. Da hat man meistens irgendwie den besten Überblick, ne? Ist ja wie beim, wie beim Survival. Wenn du nicht weißt, wo du lang musst, dann musst du hoch und auf den Baum klettern. Dann musst du dich mal umschauen. Das ist halt so. Und wenn du wieder in die Zivilisation geh, äh, willst, und du bist irgendwo auf dem Berg, immer am Wasser entlang, kommst du unweigerlich irgendwann an einen großen Fluss, wo irgendwie Leute wohnen. Eine der obersten Survival-Regeln. So, guck mal, da hinten ist der Weg. Der kommt von da. Geht dann hier unten zu dem Poi. Hier unten ist da auch irgendwas, ne? Hier unten war da irgendwo auch noch was. Und geht dann da rüber. Da hinten. Da sieht man das Haus, da so zwischen den Bäumen. So. Okay, ich geh mal... Ich geh mal gerade noch da rüber, aber ich habe so fast den Verdacht, dass wir am besten hier irgendwo bleiben. Also da, wo wir gerade eben waren. Ich glaube, das ist landschaftlich schon ganz gut gewesen. Was ist denn das hier für ein Teil? Was ist das hier? Und Stufe 2? Aber was ist das? Irgendwie so ein Banditenlager oder sowas. Hey, zweimal Big Hitters. Cool. Dann fehlt uns nicht mehr viel für den Basie. Ne23. Was ist das hier für ein Laden? Hier gibt es auf jeden Fall Hunde. Zwei Hunde. Aha. So, wir schauen uns noch mal so ein bisschen hier um. Ganz kurz. Ich will hier gar nicht irgendwie lange bleiben. Mal wüsste, wo der Loot hier steht, ne? Jetzt sehe ich hier nichts drin. Ist auch alles zu hier, ne? Oh, Beweglichkeit plus eins. Da liegen Bücherstapel drin. Jetzt sind, glaube ich, alle wach, ne? Haben wir sie jetzt alle geweckt? Ja, haben wir es geschafft. Äh, 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 hallo. Mann. Ich habe mich gerade voll verklickt. Ich dachte nämlich erst, ich spreche durch. Ich dachte gerade so, echt jetzt spreche ich hier durch. Äh. Da oben kann nichts sein. Hier steht der Loot. Oh, wir müssen erst die Zombies wegkriegen. Kannst nicht durchschlagen, du schattblöde Teile da, ey. Okay. So, die ist schon mal weg. Okay. Okay. Ein Soldat, zwei Soldaten und ein Strahlemann. Okay, lass mal gerade hier looten. Dann hau mal ab. Ey, was für ein Bogen. Das ist mal immer gut. Mach das Ding bisschen mehr Bums, ey. Cool. Bin ich zufrieden mit. Mehr brauchen wir gar nicht. Können wir hier raus. Und dann sind wir weg. Wieso sind das Tor jetzt hier offen? Ach doch, eben zu. So, das schmeißen wir weg. Das schmeißen wir weg. Die Rohre zerlegen wir. Die Federn schmeißen wir auch gerade weg. Das zerlegen wir noch. Bauen wir noch die Mod ein. Verändern. Bupp. Zack. So. Okay. Dann lass uns mal gerade noch ein bisschen weiterziehen. Schnell den Loot aus dem Ding da mitgenommen. Das ist ja cool. Bin ich gut. Gut geloot. So, der Weg kommt von hier. 30.000 Holz haben wir für den Händler sammeln. Das ist echt viel, ey. Aber geht. Also, ist jetzt nicht unmöglich. Dauert halt. Oh, ich geh mal noch da vorne zur Kurve. Beziehungsweise, wir könnten auch einfach gerade unser Fahrrad nehmen, ne? Hier können wir ja wieder fahren. Vergisst man so schnell. Moin. Hier ist nicht so gut, ne? Aber das andere schon besser. Okay, dann merken wir uns das. Wir merken uns den anderen Platz. Also, den haben wir ja markiert. Was macht er denn da? Schlägt wieder Luftlöcher. Springt da wie von der Tarantel gestochen durch die Gegend. Warte, sind das hier schon wieder? Ja. Was ist denn da? Nevis Gain National Forest. Hier. So ein Traktor, den könnte ich gebrauchen zum Bauen, ey. Der wäre genau richtig. Stufe 1. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier Stufe 1 noch schnell leer, wa? Warum denn eigentlich nicht? Guck mal, hier gibt es auch eine Werkbank. Und ein paar Zombies, die irgendwo runterbrechen. das ist ein Geier. Ein Geier hat das Dach kaputt gemacht. Was ist denn sowas, ey? Jetzt kommen sie alle auf einen Schlag hier, oder was? da oben festgepackt. So, kannst du da oben bleiben. herrlich. Aber immer noch Kampfmusik, ne? Die geht nicht weg. Warum auch immer. Zählt der eigentlich jetzt? Also ich weiß es nicht genau, wie er bei der Quest da ist. Zählt der das Holz jetzt einfach hoch? Wo sind die Quests? Holz sammeln. Ah ja, er zählt das einfach hoch. Okay. Bürger von White River 2. Kleiner Stein sammeln, zweieinhalb tausend noch. Okay. Ja gut. Das kriegen wir auch noch hin. So, wo geht es hier rein in die Bude? Was zu? Achso, man muss hier hoch. Okay. Das ist ja auch cool hier mit dem Wasserteil hier. Ja, aufwachen. Hui. Da fällt sie direkt runter zum Loot. Oh, toll. Oh, hinter der Türklinke, ey. Oh, man. es ist nicht so fassen ich weiß war ein bisschen eklig aus muss doch mal sein brauchen guten screenshot weiß schon clickbait und so ohne die kann man essen hier milch gemüse cool hat sich auch gelohnt war nettes intermezzo hier fand ich jetzt gut so dann fahren wir weiter an dem ding hier kommen wir dann sozusagen immer vorbei hier werden wir dann später immer mit motorrad hoch und runterfahren hallo hier steht noch ein auto das können wir direkt mal weg machen sonst bin ich da nachts mich da nachts dagegen gebrettert irgendwann ich hoffe die karre spawnt nicht nach oder so ist halt dann immer ein bisschen zu fahren zum händler aber wir können ja mal die quester fertig machen und mal gucken wie sich das verhält mit den mit dem holz aber ich glaube er sammelt er einfach nur so hoch wir sind ja jetzt auch ein gutes stück schneller im holz fahren mit der axt hier auf 4,1 2,2,5,6,7 schläge das waren jetzt schon 240 holz huch also das geht schon das kann man schon machen natürlich die frage wir wissen vermutlich dann hier rüber würde ich jetzt mal tippen weil die straße müsste irgendwo im norden sein und da müssen wir ja noch mal hin irgendwie zur straße kommen das geht irgendwie so ein wohntrailer oder so hat campingwagen ok cool auch gut kann man dann zwischendurch mal leer machen oder so so da vorne ist die stadt den hörsch interessiert hat gar nicht dass ich hier rumfahre also da da links ist eine stadt und wir wohnen da rechts in der stadt so hier noch ein auto das lasse ich jetzt aber stehen die base würde ich auch erst anfangen wenn wir wenn wir ein moped haben also ich habe jetzt keine lust da mit dem fahrrad immer hinzufahren dafür ist das zu weit da braucht man mindestens ein minibike besser wäre eigentlich sogar noch ein motorrad aber das werden wir dann schon kriegen bis dahin müssen wir noch so ein bisschen da wie so ein wie so ein gammler leben sag ich mal auf dem komischen ding da aber das ist dann so unser bauprojekt sag ich mal ich hoffe ich bin hier richtig abgebogen eben aber es sieht richtig aus ja dann kommen wir da vorne auf die straße ok das ist doch cool sehr gut dann fahren wir den weg mal entlang dann haben wir den auch getrackt komplett komplett und eine seine sporttasche verloren so cool dann müssen wir nur noch hier hoch und dann kommen wir zurück zu unserer stadt wie viel zombies hier rumlaufen ne ich komme da nicht drüber weg der zombies von ist echt krass hoch und scheiß einkaufswagen nervt nur wenn er so mitten auf der straße steht liegt schon wieder eine tasche schon von klar klar sport tasche war an der apokalypse noch schnell so 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 okay also wir müssen die 30.000 holz irgendwie zusammenkriegen wir müssen die quest da machen da haben wir noch einiges zu tun in den nächsten folgen und ihr wisst jetzt auch was ich eigentlich will ich will mir ein schloss bauen also eine burg irgendwie sowas in der art und würde das auch gerne dann sogar als verteidigungsbasis nutzen wir müssen mal gucken wie gut das hinhaut so in so krassem gelände oder ob wir vielleicht doch die horden base von dem ding irgendwie absetzen mal gucken auf jeden fall würde ich da gerne wohnen in dem ding also ich das soll jetzt nicht so ein viereckiger kasten werden das ist jetzt nicht so eine ritterburg auch wie aus playmobil sondern so ein quadrat mit vier türmen an jeder ecke oder mit einem turm an jeder der vier ecken so rum sondern das soll schon irgendwie so ein bisschen kuddelmuddelig durcheinander muss das aussehen so in die natur reingebaut halt eben so wie es gerade ging so muss man sowas bauen okay ich mache die fahrradtour noch zu ende ich fahre gemütlich nach hause und wir sehen uns in der nächsten folge noch mal wieder oder ich fahre in Richtung quest überlege ich mir mal okay danke fürs zuschauen und macht's gut bis denn tschüss